Okay, das ist noch gesperrt. Eishaus? Im Eishaus ist noch was? Nee, oh, ich lauf immer falsch. Ah, hier hinten. Ich kann nicht in den Luftschach klettern, es ist verschlossen. Ich frage mich, ob der Weg... Ja, können wir... Ja, ja! Los geht's! Endlich, ich habe alle drei Dämonen-Embleme gefunden. Also nicht viel zurück zum Safe des Grafen. Eglöfe! Los! Rein mit uns. Und hoch! Und hier hin! Und, ähm... Zack! Was soll ich denn machen? Haben wir irgendwelche... Hm... Ah, 6, 2, 7, 3? Moment! 6, 2, 7, 3? Achso, warte mal. Nee, das ist ja das! Ah! Was für ein seltsamer Safe. Diese Farm stehen wohl für Eis, Blut und Dunkelheit. Wo habe ich diese Zeilen bloß schon einmal gesehen? Ich habe diesen Brief im Büro des Grafen gefunden. In ihm heißt es... Du bist wahrlich eine Retterin... Oh mein Gott! Elsa! Hör mal auf! Oh, krieg ich doch da nichts rein. Ich muss dich da ja nur rausholen. Okay, du bist wahrlich eine Retterin der verlorenen Seelen. Der Teufel höchst selbst hat mein Herz verflucht. Er ist umwunden mit Eis so kalt und so... Oh! Elsa! Mann! Lichte, blablabla, blablabla. Hä? Also man kriegt ja echt kaum Tipps, ne? Muss ich jetzt... Geht das jetzt nach der Größe? Nee? Leute, ganz ehrlich, rafft das einer von euch? Dunkelheit, wo habe ich diese Zeilen gesehen? Ja, wir haben doch keine Zahlen! Hello! I don't know! Hm. Mann, du bist wahrlich eine Retterin der verlorenen Seelen. Also Dunkelheit, würde ich sagen, ist zuerst, ne? Der Teufel hat mein Herz verflucht. Er ist umwunden mit Eis. Also kommt dann Eis. Kalt und so und so, weil du hast den Bann gebrochen. Mein Herz schlägt erneut. Oh, wie ich mich sehle, du geile Sau. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn tun? Also ich bin ja dafür, wir warten jetzt ab, bis die Zeit hier um ist. Weil, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Zahlen einfach nur austauschen soll. Je nachdem, was zuerst ist. Demnach würde ich sagen, Dunkelheit zuerst, ne? Mit 1, 7, 4, 8. Dann würde Eis kommen mit 6, 2, 7, 3. Und danach, ähm, Feuer, ne? Das Feuer der Leidenschaft, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich bin mir da jetzt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht sicher. Ich weiß es nicht. Komm, wir warten jetzt einfach mal. Ganz kurz. So, okay, Leute. Es ist soweit. Na, sowas. Da ist der Schäf hier einfach offen. Ah. 804298. Ähm, was steht da? Das, was? Das geheime Abkommen. Äh, als Gegenleistung für seine Freileistung und der ewigen Geheimhaltung. Was? Das? Moritz? An? Äh, warte mal. Steht das hier vielleicht drauf? Das ist der Vertrag zwischen den Grafen und ich kann den anderen Namen nicht entziffern. Ist das der wahre Grund? Äh. Okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ähm... Ich kann das nicht lesen, Leute. Ich kann das nicht lesen, Leute. Oh, nee, kommt, Leute. Ein altes Foto. Ich frage mich, wer der kleine Junge ist. Ja, will ich denn das? Hm? 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 Oh. Zurück. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ähm, und zwar ist das 804298. 8, 0, 4, 2, oh, Leute. 8. Tralalala. Gut, jetzt wollen wir mal sehen, was in der Spieluhr ist. Geld! Geld! Oh, so. Was soll ich tun? Oh, sowas kann ich immer nach dem dritten Mai nicht mehr. Denn ist mein Kopf platt. Oh, nein! Ah! Ah, war doch falsch, ne? Ach, da drüber. Oh, mein Gott. Oh Gott, ich konnte jetzt überhaupt nicht sprechen, Leute. Oh, oh. Der Schlüssel. Hierzu. Nein! Die Kröf! Die Kröf! Noch ein Körper. Sind mittlerweile alle tot? Oh, nee! Äh, ich benötige etwas. Okay, ich spiele jetzt weiter. Ich glaube nämlich, dass wir das Spiel fast durchgespielt haben. Ansonsten splitte ich einfach dem Part in zwei Teile auf. Das ist ja jetzt überhaupt kein Problem. Das ist ja jetzt überhaupt kein Problem. Diese Sicherheit ist verrostet und es fehlt ein Ventil. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo wir das herkriegen. Ah ja, dann müssen wir wieder hier runter. Papier, Kissen, Schuh. Ich meine, das ist ja jetzt kein Ding, ne? Wenn ich das einfach in zwei Teile aufteile, ne? Das war verzeiht ihr mir ja, oder? Cool. Oh, schon wieder daneben geklickt. Aber ich klicke dann immer irgendwas an, was wir brauchen. Ist euch das mal aufgefallen? So, brauchen wir eine Uhr? Nein. Parfüm? Oh, nee. Da ist ein Totenkopf drauf, aber ich klicke erst mal drauf. Ist Parfüm auf jeden Fall. Elsa, geh weg vom Kabel. Elsa, komm. Ja. Katzen. Katzen. Papier, Kissen, Parfümflakon, Frosch, Schildkröte, zwei Spielkarten. Da. Elsa, du sollst da nicht hingehen, Schatz. Da. Ich könnte sie ja aussperren, ne? Aber das Problem ist nur, dass meine kleine Maus immer in meiner Nähe ist, da sie total auf mich bezogen ist. Und wenn ich dann die Tür zumache, dann jault sie die ganze Zeit vor der Tür herum. Also haben wir dann auch nichts gewonnen. Elsa, Schatzi. Dann hört ihr immer das Jaulen. Und das an der Tür kratzen. Dass sie rein will. A Kisse? Kissen, Kissen, Kissen. Ich sehe kein Kissen. Kissen. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Frosch, Schildkröte. Da. Oh, die Schildkröte ist mega groß. Warum brauchen wir den? Oh. Ich wollte gerne den Keks anklicken. Ist das hier ein Stück Papier? Nee. Papier, Parfümflakon. Hm. Ja, was? Wo? Ich hab mal den Englisch, ey. Nun mach mal hin hier. Oh, okay. Das hätte ich eigentlich sehen können, aber... Naja, so ist das halt, wenn man ein bisschen blind ist. Hihihi. Das ist eine Mühle. Ich klicke aber trotzdem drauf. Das war nicht, das war nicht. Habe ich schon angeklickt. Das ist auch nicht. Das habe ich auch nicht. Habe ich auch angeklickt. Hä? Hä? Das? Das ist doch so ein kleiner Eisbecher. Und wenn sich das Ventil noch so streut mit Gewalt oder einer Zeige, geht das immer. Okay. Wo ist denn hier das... Ach, hier. Okay. Jetzt brauche ich nur... Ja. Thank you. Dieses Rad könnte mir am Gartensicherungskasten helfen. So, dann wollen wir mal. So. Das sieht nach einem Alpenforsenrad aus. Okay. Ich muss es zuerst säubern. Ähm... Okay. Das kriegen wir auch hin. Da brauchen wir erst mal... ...wieder ein Wimmelbild. Ähm... Hallo? Wimmelbild? Ähm... Ja, ich... Ich will es hier säubern, aber... Ich finde... Ähm... Ähm... Ich finde das Hälfte Skarfen. Hä? Wir haben es doch schon. Das Hälfte Skarfen. Aber hier ist doch nichts. Zwei... Zwei... Äh? Oder muss ich hier irgendwas finden? Oh, ich kriege die Krise. So, jetzt hier raus. So. Okay. Büro des Grafen. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Oder vielleicht das Beet. Das Beet könnte es auch sein. Nee. Ich weiß nicht. Oh. Ach, wir gehen erstmal zur Klippe. Da haben wir nämlich nicht nachgeguckt. Okay, Leute. Ich dachte, wir hätten es jetzt fast gehabt. Dann muss ich den Teil doch nochmal aufsplitten. Oh, da habe ich eben zufällig drauf gedrückt. Da hat Pfeil wahrscheinlich, was? Ambosslippenstift. Ähm, zwei Pilze. Pilz. Ah, doch, ein Dartpfeil. Okay. So. Ja, wo ist denn hier? Amboss. Na los. Los. Zeig mir, was du kannst. Da unten, okay. Finde den braunen Knopf und das Gesuchte wird dich finden. Ja, aber wohin damit? Äh? Ah, verdammt. Wo muss das denn hin? Leute, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, dass es da ist. Jetzt sag mir aber mal, wohin damit? Ich sehe hier gar nichts. Hm. Äh? Wohin? Oh, ich krieg die Krise. Hm. Ich weiß, dass ich das nehme... Oh, Gott. Hier bin ich noch Rostlöffel. Löser. Rostlöser, nicht Rostlöffel. Mann! Das Spiel bleibt mich voll fertig. So. Ja! Los geht's, das nächste Teil. Ah ja, das kann ich auch immer nicht. So. Okay, das geht's ja nicht. Nee. Bin ich das so? Nee. Okay. Warte mal. Eins ist... Also hier unten fängt das vielleicht sogar an. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. So? Hm. 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 Also hier die 3, die sind ja, wie ist es hier, ne, 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 also das, das ist hier schon ganz gut, würde ich sagen. Hm, dann fielen hier die beiden wieder. Also, ich bin der Meinung, dass da unten das, das muss sein. Dann sind nur noch 3 übrig. Hm. Also. Aber dann passt das, wir bräuchten 4. Dann passt das da wieder nicht. Ah, es ist doch zum Mäusemelken. Mann. Dieses Spiel macht mich so fertig, ehrlich. Oh, nein. Hm, der Strom im Turm ist angegangen. Wie konnte das denn passieren? So, okay. Dann müssen wir mal gucken, wo beginnt das denn? Ich brauche mal einen Anfang, Leute. Ah, hier. So, okay. So, so, so. Dann geht das. Ah, okay. So. Okay. Okay. Ja, aber das passt ja dann auch nicht. Hey, wo ist denn die Kugel hingefallen? Ah, ist das nervig. Oh! Okay, wir sind weit gekommen. So. Ja, keine Ahnung. Wir probieren einfach mal, ich weiß es nicht. So, runter, klingelt. Dann muss das wohl doch so bleiben. Die Kugel, die stößt dann hier, dann da. Starten, der letzte Versuch und dann drücken wir weiter, würde ich sagen. Okay. Aber es war gar nicht so schlecht. Ja! Queen! Die Kugel. 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 Das war's für mich. Alles ging according zu ihrem Plan. Aber ich bin. Ich wundere mich in die blaze, und wurde von der Feuer von meinem Grandfather, Charles. Für mich für sein Leben und meine, war ich weit weg, nach der Norte. Ich habe viele Jahre zu planen, meine Revenge. Ja, aber sie konnte es nicht alleine. Und es war unsere fate, die uns alle zusammenbraten. Sie sehen, Vlad, oder der Count, als er bekannt ist, war mein Vater. Meine Mutter war sein Freund, und, wenn er sie lief, konnte sie nie marryieren, oder verlieren seine Lande und Fortsen. Their love faded mit Zeit, und eine Nacht, sie sprach vor mir. Meine Mutter war aus dem Kassel. Er hat mich in den Kassel gefangen. und hat mich in den Kassel gefangen. aus dem Kassel gefangen. So now you know our story, StageHand. Know that we do not wish to harm you. You are innocent of these crimes. So let me tell you one more story. While I was raised by the gypsies, I learned a number of forbidden arts. Eine von denen betrifft dieses wunderschönen Schaue. Schau. Schau tief in meine Augen. Jetzt schau. Ich muss ja sagen, ich habe ja das Spiel schon mal gespielt vor ein paar Jahren. Ich fand das da ehrlich gesagt um einiges besser als jetzt. Ja, es ist ja die Fortsetzung zu der Ashburg-Verschwörung. Deswegen wundert mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Geschichte, dass er Carolina in Dings getroffen hat, in dieser Truppe und so weiter. Weil die haben sich ja schon in der Irrenanstalt kennengelernt. Es sind ja dieselben, soweit ich weiß. Naja, irgendwo passt da die Geschichte nicht so ganz. Als ich das damals gespielt habe, ist mir das dann erst aufgefallen, als hier dann irgendwo stand, die Ashburg-Verschwörung. Und erst dann haben sich die ganzen Teile zusammengefügt. Wir haben ja auch den Großvater und so da rausgerettet aus der Irrenanstalt. Aber irgendwie haben die die Geschichte so ein bisschen verändert. Weiß ich nicht. Naja, ist ja auch an sich jetzt nicht so wild. Ich fand die Ashburg-Verschwörung um einiges besser als, ja, Teil 2. Aber, ähm, ja, naja, ist halt so, ne? Ist ja meistens so, dass die ersten Teile immer die besseren sind. Obwohl ich das ja bei Stray Souls jetzt... Es war beides gut. Beide Teile waren gut. Und, ja. Geschafft. Man kann so ein kleines Endlich dahinter packen. Ich hab ja oftmals echt in den Teilen geschimpft, ne? Dass das einfach viel zu viel an Wimmelbildern ist. Ich mein, es ist ja ein Wimmelbildspiel, aber was zu viel ist, ist zu viel. Eindeutig. Ja, und dann lassen wir jetzt die Credits hier schön durchlaufen. Und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Ich hab ja schon angekündigt, dass das ein echt geiles Wimmelbildspiel sein wird, welches ich als nächstes spielen werde. Lasst euch überraschen. Freut euch schon. Ihr müsst echt... So ein bisschen Angst hat man bei dem nächsten Spiel schon. Also ich mach mir echt regelmäßig in die Hose. Ich hab das ja schon ein bisschen gespielt. Und, ja. Ich würde sagen, dann bis demnächst, meine Lieben. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!